Stellen Sie sich vor, Sie hören jetzt im Moment einen Atomalarm. Sofern Sie ihn überhaupt identifizieren, würde mich interessieren, was Sie jetzt machen. Wir gehen davon aus, und niemand kann das mit absoluter Sicherheit ausschließen, dass es in einer ernsthaften politischen oder militärischen Krise von Seiten des Gegners, aber auch von unserer Seite zum Einsatz von Nuklearwaffen kommen kann. Hallo, hier spricht Kurt. Tom, ruf mich doch bitte gleich mal an, wenn du die Nachricht abhörst, ja? Es geht um einen Film, also das wird dich sicher interessieren. Tschüss! Es geht darum, etwas für den Ernstfall zu haben, was die Leute schnell und präzise informiert. Und dafür ist Film das richtige Medium. Besonders, wenn Filme so klar und verständlich gemacht sind, wie Sie das immer vormachen. Bitte überlegen Sie sich die Sache. Nein, nein, ich mache Ihnen den Film. That's dangerous, so whatever you do in here, don't do that, alright? Sie sollten auch daran denken, dass dieser Film eigentlich einem guten Zweck dient. Also, seien Sie bereit, ein Opfer zu bringen. Das ist ein Film wie hundert andere, die er schon gemacht hat. Aber er ist so anders. Er kennt nur noch seine Arbeit. Nächtelang brütet er über seinen Schreibtisch. Er schläft mit seinem Film und nicht mit mir. Was soll das überhaupt für ein Film sein, den jeder möchte? Was greift ihr denn da? Ihr Film soll Menschen in dieser extremen Situation helfen. Er soll sie nicht desillusionieren. Für jeden Kopf dauern 15 Tonnen an atomarer Sprengkraft. Es gibt keinen Kommen. Die medizinischen Folgen einer Kernwaffenexplosion sind grob gesagt folgende. Verletzungen durch die Druckwelle, durch einstürzende Gebäude, herumfliegende Trümmer und so weiter. Verbrennungen durch die Hitzewelle und Strahlenschäden. Aber das haben Sie nicht verdient. Das hat keiner von euch verdient. Das habt ihr nicht verdient. Keiner von euch hat das verdient. Aber du bist der Retter der Menschheit, ja? Ich sag dir was, such dir einen anderen. Ich mach den Film nicht. So nicht. Aber so wird er bezahlt. Das hat er geplant. Neues zu sehen.